Alter, was ist mit euch denn? Oh nein, ich hab schlechte Erfahrungen. Renn, 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 renn. Fuel ist da noch im Eis. Ha? Ha? Fuel ist da noch im Eis. Wann wirst du dann wieder kommen? Gar nicht. Alte Corleone. Ihr kennt ja diese fetten Leute, die an Atem gerät wie immer. Miller, wie kommst du da drauf? Ähm. Corleone. Autismus. Ich dachte grad... Ich dachte... Kannst du mal mit dir die Fresse halten? Hört sich an, wie wenn man Darth Vader mit dem ersten Mikrofon, was hier entwickelt wurde, gemacht hat. Alter, deine Fresse. Ja. Halt mal die Schnauze. Ohne Witz, Alter. 五 avonne Witz, Alter. Ich meine, wenn du so weiter warst,警t nicht schon auf seinem Supporterkont wahrscheinlich. Ich bin übrigens wie gesagt kein guter ICB-Fahrer, als Verwaltung aus der Post D. Wenn die Cops uns anhalten, sind wir professionelle Stunt-Fahrer. Allgemeine AGB-Durchsage des Studium-Mobils. Falls es zu Verkehrsunfällen kommen sollte, welche zum Tod führen, ist zu beachten, dass nichts dafür erstattet wird. Danke für eine Aufmerksamkeit. Aber zum Glück hat er die Helm auch. Ich widerspreche den AGB. Ich bin gerade harsch der Welt, ficken. Er geht direkt in die Höhe. Ähm, gerade die Silvester auch irgendwann zu bewerben. Nein, nein, auf keinen Fall. Deswegen sollten sie jetzt sofort zuschlagen. Ich habe aber gar kein Geld. Ja, das ist umgelaufen, ne? Dann verpiss dich und mach Pfirsiche, du Striche!